Hallo Guten Tag, heute zeige ich Ihnen diese Digitale Haglers. Der Dauerstorm von dieser Digitale Haglers ist, kann man 70 A maximale Storms, kann man bis 80 A blutzen. Es gibt auch Over-Carrant-Protections, das heißt, man kann auch auf Deutsch, Stahl-Protections, Stahl-Schütze. Und hier. Hier ist für Vorwärts- und ruhige Wärts- und Stop-Funktion. Diese ist auch diese für Geschwindigkeit-Position. Und jetzt zeige ich Ihnen. Jetzt ist schon diese maximale Geschwindigkeit von 1800. Dann können Sie dann jetzt Stop und jetzt mal andere Richtung zu laufen. Jetzt zeige ich Ihnen diese Größe. Sie können schauen hier. Die Speed wird langsam sein. Und die Spannungsbereite ist auch von 12 bis 60 Wattags Spannungs. Langsam, langsam. Jetzt ist schon Stop durch diese Digitale. Die Anschluss ist auch ein Fach. Diese Beine testen ist ein paar Sturmfeld-Zorgons. Und Halt, ein paar Plus-Problemen. Diese Testen, ein paar andere Testen. Diese beiden Gelb- und Blau-Test-Linie ist für Motor. Und diese beiden Testen für Sturm-Versorgung. Ganz einfach. Und dieses Material ist industriell. Ganz schwer. Das Gewicht von diesem Produkt ist ca. 525 Gramm. Danke für Ihre Zuschauen. Wenn Sie hier gerne weitere Probleme machen, Sie können pair e-mail oder telefonen. auf den Zagas. Tschau.